Und zwar... LIFE-BIRUS! Yeah! Rap ist wie ein Zug, ich bin ein Kontrolleur. Mach dich kässe Köpfe, promise, dazu Cordon Bleu. Fick Juicy J und Katy Perry. Mixi ist der Opfer, heute Brüder von Beatrice Eggli. Yeah! Was ist das Risiko? Schau mal, ich mach weiter so. Jetzt habe ich sowieso schon 20 Jahre mein Ritalin genommen. Palm of your head now, baby. It's a yes or a no, it's maybe. So just be sure, before you give it up to me. To me, give it up to me. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for? Ich bin ein E-Train. A perfect song, perfect song. Yeah! Cause what's your mind, what's your mind? Okay, check. Yeah! Ich und meine Brudis übernehmen alles. Schau, ich habe einen Double Time Flower, so wie den Kattener Joe und alle die Kiriszone wollen sich selten vor der Mimi holen, aber darf ich nicht, weil mir die fucking Mama sagt no! Cap oder Freise? Mir doch egal, ich bin Freshness Elite. Denn ich schaue durch alle Türen, als wäre der Nude aus der Plexiglas Schiebe. Fahrer gerade vor in der Stretch Limousine. Räumen jetzt alle die Rapper auf die Seite. Brudis, sie holen sich das Album in dem Laden. Ich rolle durch die Szene wie fucking Lawine. Woah! The Mimics! Chillen wieder easy in dem SRF und alle wunderschönen Frauen schreiben SMS. Also Brudis, hol das Album jetzt!